Mein Name ist Romana, ich bin Fitness- und Ernährungscoach und ich möchte, dass du fit wirst. In einem Erstgespräch schauen wir uns deine Ziele an und gestalten dann deinen Weg, dass du das Zielloch erreichst. Mir ist es wichtig, dass jeder Kunde ganzheitlich betreut wird. Dementsprechend ist Mobilisation ein sehr wichtiges Thema. Im ersten gemeinsamen Training schauen wir uns deinen Ist-Zustand an und dann bauen wir die nächsten Trainings darauf auf. Du möchtest abnehmen und deine Form endlich in den Griff bekommen? Dann ist geführtes Krafttraining unbedingt notwendig. Gerade geführtes Krafttraining an Geräten ist wichtig für Anfänger, damit sie die Übungen auch optimal ausführen. Bist du bereits fortgeschritten und möchtest Muskulatur aufbauen? Dann begleite ich dich in deinem harten Training mit Gewichten. Dafür ist aber definitiv wichtig, dass du die richtige Wiederholungsanzahl wählst, dass die Ausführung sauber ist und dass du natürlich genug Gewicht nimmst, dass du einen Reiz spürst. Ich bin Coach Romano und gemeinsam erreichen wir deine Ziele.